Wir sind Holla. Wir setzen uns ein für die Gesundheit und die gesellschaftliche Teilhabe für alle Frauen und Mädchen. Gleichberechtigung beschreibt die Gleichheit aller Geschlechter in Bezug auf Chancen, Ansehen und Möglichkeiten. Also lasst uns endlich damit beginnen. Wir setzen uns ein für Teilhabe und ein Leben auf Augenhöhe. Und das machen wir zum Beispiel durch Empowerment-Gruppen oder Beratungen, Einzelberatungen, Gruppen, Projekte. Und uns ist auch Bildung total wichtig. Also Körperbildung, Wissenschaft, Macht. Auch Macht über den eigenen Körper. Und so haben wir zum Beispiel schon vor Jahren die Broschüre zum Mythos Jungfernhäutchen rausgegeben. Es gibt kein Jungfernhäutchen. Und es ist nur ein Mythos, der dazu beiträgt, Frauen klein zu machen, einzuschüchtern und sich unsicher im Körper zu fühlen. Und solche Sachen möchten wir aufdecken. Uns geht es um die Teilhabe von allen Frauen und allen Mädchen und auch um die von denjenigen, die nicht sehr sichtbar sind. Und das sind zum Beispiel schwarze Frauen und Mädchen oder Frauen und Mädchen of Color, die nicht immer geflohen sind, überhaupt nicht, sondern 30 Prozent ungefähr der Deutschen leiden unter den negativen Auswirkungen von Rassismus oder sind davon betroffen. Und für diese Frauen und Mädchen stehen wir im Besonderen ein.